Wir beenden damit unsere Übertragung der heutigen ersten Parlamentssitzung in diesem Jahr. Ja und die nächste planmäßige Plenarsitzung des Nationalrates, die gibt es wie bereits heute angekündigt am 31. Jänner. Mit ORF 3 sind sie da selbstverständlich live ab 9.05 Uhr mit dabei. Und hier im Parlament, da laufen die letzten Vorbereitungen für ein ganz anderes wichtiges Ereignis. Morgen wird hier nämlich Bundespräsident Alexander Van der Bellen von der Bundesversammlung feierlich im historischen Sitzungssaal neuerlich angelobt. ORF 3 und ORF 2 berichten live am Vormittag. In ORF 3 gibt es noch mehr Information, heute um 19.18 Uhr. In ORF 3 um 19.18 Uhr. Wenn Sie die Gelegenheit haben, das Parlament persönlich aufzusuchen, dann machen Sie es. Es zahlt sich wirklich aus. Ich darf Ihnen noch einen schönen Fernsehnachmittag wünschen. Auf Wiedersehen. Wer diesen Fristsetzungsantrag unterstützt, möge ein Zeichen der Zustimmung geben. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen schließlich zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Dr. Susanne Fürst, Kollegen, Kollegen, der Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung über den... ...o... ...o...